Drei Gründe, warum genau ich auf die YouTuber-Insel kommen sollte. Grund 1. Ich kann sehr schön bauen, wie man hier auch sehen kann. Ich habe hier ein Sofa gebaut. Dort hinten habe ich eine Küche und ein Esszimmer gebaut. Hier unten ist ein Keller. Und oben ist natürlich das standardmäßige. Also ein Bett, ein Kistenlager. Und draußen ist noch so ein Pool. Hier, man sieht den auch. Und ja, hier habe ich auch noch einen kleinen Hund. Okay, ich mache weiter. Und ich bin auch sehr Minecraft erfahren. Ich spiele Minecraft seit 2016. Also wirklich schon sehr lange. Und ja, damit würde ich auch sagen, das war der erste Grund. Kommen wir dann auch gleich mal zum zweiten Grund. Ich kann jede Mod herunterladen, egal ob Forge oder Fabric. Ich habe jetzt hier einfach mal zum Demonstrieren die Fist Superhelden-Mod genommen. Ja, hier mit den Superhelden, wo du halt alle Superhelden spielen kannst. Und ja, ich stecke auch sehr viel Zeit und Mühe in meine Videos. Und auch in meine Thumbnails rein. Denn ich tue sogar manchmal ein bisschen animieren und so. Ich habe hier sogar meine eigenen Kommentar-Animationen gemacht. Könnt ihr ja mal bewerten, wie ihr sie findet. Und allgemein macht mir das Cutten und das Thumbnail-Machen und allgemein das Video-Machen sehr viel Spaß. Weswegen ich eigentlich immer qualitative Videos produziere. Grund 3. Ich supporte die YouTuber iCrymax, Standard, Skillbanks, Arrive und Alphastein schon seit knapp vier Jahren. Und schaue natürlich auch die anderen YouTuber von der YouTuber-Insel. Und ja, ich schaue auch schon seit der ersten YouTuber-Insel mit. Und bin jetzt halt auch bei der zweiten dabei. Und wollte mich halt bewerben. Ich habe mich auch schon mal davor, also für die erste beworben. Aber das war dann halt ein bisschen zu spät. Und dann hat die halt keiner gesehen. Und deswegen bewerbe ich mich für die zweite. Ich weiß zwar auch, dass es ziemlich viel Glück braucht, dass überhaupt die YouTuber dieses Video sehen. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr das seht. Und dass ich drangenommen werde. Das braucht natürlich noch mehr Glück. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich drangenommen werde. Und dass ich dann mit euch auf der YouTuber-Insel spielen kann.